So ein Zufall. Ich bin genau im gleichen Zimmer bevor ich es höre. Nett ist das. Ich bin da angekommen und habe gleich ein paar Kollegen getroffen und dann haben wir uns jetzt eine Buschenschank angeschaut. Nett war es. Und jetzt bereite ich mich vor für den Morgen. Guten Morgen. Wir starten in den ersten Tag der Knoppikstage. Ich bin schon agierig. Ich bin schon agierig. Ich bin schon mit der Verbindungen ... Also geht es. Mein Lieben ... Also ... Wie löst man das Problem? Man legt einen neuen Ordner ein und legt in diesem sehr, sehr viele Links an, kopiert teilweise auch Dateien rein, sodass es ein Ordner ist, der mit dem AUFS, was drum herum gebaut ist, nichts mehr zu tun hat. Ist ein bisschen aufwendig, wäre ansonsten sehr, sehr viel einfacher gewesen, aber durch diese Knoblik-Spezialität mit dem Overlay-Datei-System weiterzugehen. Ja, ich glaube, ich mache das, dass ich hier sehen kann. Okay? Ja. 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 Maschai! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns da. 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 Wir sehen uns da.